Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Generation Zero Fundort Video. Heute gibt es eine weitere Waffe und zwar die HP5, eine Maschinenpistole in der 5 Sterne Qualität. Und dafür müsst ihr die Mission leere Räume haben und zwar bekommt ihr die, also ich habe sie da zumindest bekommen, nachdem ich hier in dem Bunker war und hier eine Mission abgeschlossen habe, war das hier die Folge Mission. Es kann auch eine andere gewesen sein, weil ich habe wirklich viele gemacht, aber ich glaube das war die, ansonsten einfach die Hauptquest weitermachen, bis ihr hier hinkommt und die Mission halt habt. Wenn ihr die Mission schon abgeschlossen habt, auch kein Problem. Ich habe nämlich schon an der Brücke gemerkt, es ist auch in Ordnung, wenn man die abgeschlossen hat, denn hier drinne wird der Safe auf jeden Fall sein. Den öffnet ihr einfach und tada, habt ihr da die HP5 drinne und diese ist dann in einer 5 Sterne Qualität und damit habt ihr auch die HP5 in 5 Sterne und genau mit der werde ich gleich erstmal spielen, weil auf die habe ich mich natürlich auch gefreut. Und ja, ich hoffe mal dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.